und zu Let's Play GTA Online diesmal so eine kleine Spezielle Guide und zwar ein Kleinschmer und gar es geht heute um den Weepa den Pegasi Weepa der mit dem mit dem letzten um vorletzten Update mit dem Team beschuldigen Taddeflöte weil es in der Philomini Update reinkam Anspielungen in Real Life, in Anspielung in Real Life würde ich sagen der von vorne eine und breite Schnauze des Lamm-Bugini-Hurakens an der Seite der Leipzig-Hyper-Hyper-Sport ein ganz spezieller Wagen und noch teuer als ein Bugatti ja dann machen wir kurz mal den kleinen Soundtest so ein Auto einsteigt Soundcheck ja man hört das Brüllen es ist auf jeden Fall ein ich will sagen V10-Motor dann kurz eine kleine Runde im Blocken Ego ja dieses Schmuckstück kostet glaube ich 1,2 Millionen ist ein teures Schmuckstück für Spieler die selbst erspielen das ist eine Kuhfarbe auf jeden Fall mit einem gemoddeten Paintjob ich habe das auch mal in einem Video mal erklärt mein Paintjob Video könnt ihr ruhig mal reinziehen wie gesagt das ist jetzt eine kleine Folge AutoGuide dieses mit Format wird das dann wöchentlich so ein bisschen aufräumt werden ich werde jedenfalls auch mal technische Daten würde ich mal sagen ja und ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr noch ein weiterer wollt lasst euch ein Like da und ja wenn ihr ein weiteres Video haben wollt ja und das war es dann wieder von mir euer Aventator LP glaube ich lässt euch immer wieder grüßen bis dahin